Herzlich Willkommen zum ersten Indoor-Kano-Sprintcamp in Dresden. Ich wünsche euch alle einen spannenden Wettkampf, dass ihr die Ziele erreicht, die ihr euch gesteckt habt als Sportler. Dass ihr Zuschauer auch mal seht, wie Kano-Wettkämpfe sind, wo man mal ganz nah an den Enkel, an den Sohn, an den Vater, an die Tochter angehen kann. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. 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 Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020